ANTON! Fabi hat dein Schild geändert! Stell die Sachen erstmal abliefern, bevor ich sterbe. Ey, du hast doch gar nicht was da draufsteht. Einfach mal eitzig kalt umbringen. Minecraft ran out of memory. Tja, aber jetzt wollte ich grad sagen, scheiß gequickte Version, aber die hast du eher gar nicht. Ja, ne. Warum kackt das dauernd ab? Ne, weil's halt wrong. Halleluja! Warum liegen hier so viele EP rum? Das waren meine EP, ne. Boah, von irgendwas hab ich so Kopfsch... Wie siehst du aus? Wie ich aussehe? Nein, nicht echt. Wisst ihr, wo ich gerade bin? Ey, wisst ihr, wo ich gerade bin? Ja, klar, mit Diamant-Boot. Die hab ich nicht gebaut, die hatte ich noch an. Genau vor dem Dungeon. Also, macht euch mal bitte keine Diamant-Rüstung, das wäre ein bisschen Verschwendung. Ja, ja, ja. Ich denke, Eis reicht. Ja. Willkommen. Hallo. Hallo. Ja. Hallo. Guten Tag. Die Kiste ist auch schön aufgeräumt. Ja, das ist toll. Guten Tag. Ja, das sind allgemein. Hauptsache, hier haben wir Kabelstowns im Ofen. Da, wo eigentlich die Kohle hin muss. Nick, was? Du brauchst jetzt ein Haus, oder was? Fabi! Ja, denk schon. Ich denke schon. Fabi, okay, doch nicht. Dann komm halt nicht. Du weißt schon, wo ich dich hinführen wollte. Haha. Hust, komm einfach dahin, hust. Geh einfach dahin und guck, hust. Aber sag's nicht, Anton. Oh mein Gott. Ich ahne Böses. Wo sind meine Items? Wir haben jetzt eigentlich richtig viel Zeug und so, wa? Ah, da waren ja deine Items, wa? Nein, nach der Aufnahme bin ich ja sowieso nicht mehr dabei. Ja, genau. Dann mach ich mir jetzt ein Feuerzeug und nein. Oh man, meine Salzen. Oh man, meine Salzen. Das ist voll eklig. Jetzt hab ich... Ich hab noch ein paar Tränke hier. Hauptsache, wie viele Schienen wir haben. Geil. Ey, ey, ey. Wir haben so viele Diamanten, dass... Bücher haben, äh, Bücherregale. Ich will was verzaubern. Komm her, mein Bobo. Au. Oder ich lauf zum ersten Dungeon. Das könnte ich auch machen. Ja. Was machst du da? Verzaubern. Lass bitte meine Honig in der Ruhe. Wir haben doch ein Enchantment-Table. Aber keine Bücherregale. Da waren noch keine Bücherregale um den Enchantment-Table. Beim ersten Dungeon doch. Nein. Natürlich. Die hab ich da aber abgerissen, glaub ich. Oh man. Da waren total viele Bücherregale. Ja, war doch nicht um den... Doch, doch. Natürlich. Wir hatten noch mal so einen geilen Tisch hier. Ja, der ist unten in der Truhe. Der ist auch noch da. Da. Ey, Fabi. Was, was, was? Wir hatten noch so einen geilen Tisch. What the fuck? Ja, wie gesagt, der ist da unten in der Truhe dran. Da unten in der Truhe. Ey, könnt ihr mal jetzt... Nein, nein, ich wollte schon sagen, in your face. Mann, ich spawn immer wieder in der Mine. Was, in der Mine? Hilfe. Warum spawnst du in der Mine? Ey, hört doch auf, euch umzubringen. Ich find das so gemein. Hui. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Du hast Rüstung und du stirbst nicht. Guck, weil wenn ich jetzt... Slash, Rocket, Indus... Ach, ich wollte gerade sagen, nicht mich. Guck, ich sterb nicht. Du heißt aber nicht Indus. Guck, ich sterb nicht, zack. Braust du hier noch... Soll das Treppenseil? Ja, kommt noch. Ey, ich will mal ganz kurz auf das Pferd gehen. Habt ihr eure Timelapse da schon jetzt aufgenommen? Also fertig? Ähm, nein, nicht fertig. Das dauert zu lange. Oh, scheiße. Ich will da raus. Nick, hast du das zufällig schon mal gesehen in so Minecraft-Videos oder sowas? Wenn die irgendwelche Kurzfilme oder so drehen, dass die irgendwie an der Landschaft vorbeifliegen? Also im normalen Tempo. Und dahinter sieht man so den Himmel. Und dann sieht man so, wie die Sonne untergeht und der Mond geht auf. Also der Himmel, als wenn der Himmel sich schneller bewegt. Wisst du, wie die das machen? Bearbeiten die das? Das habe ich auch gefragt. Aber da gibt es, glaube ich, einen Mod. Das ist... Oh, 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 oh. Wisst ihr, wie hoch ich gerade fliege? Alter, du machst nur Scheiße, ne? Nur Scheiße. Ich werde sowieso so zuckend. Mach das auch mal vor dem Wasser. Warte, ich werd die K... Geh mal ans Wasser, bitte. Nein! Okay, ich mach keine Scheiße mehr. Ihr seid voll unfair. Mann! Mann! Yeeeey. Mensch, was machen wir denn jetzt? Wirklich mal. Ich mich? Ja. Willst du mir den Arsch rassieren, oder was? Warte, warte, bleibst du. Ich seh's aber nicht. Warte mal, ich will nicht meine Sicht ändern. Jetzt, so. Ich mach hier schöne Fotos. Was ist denn so voll der Arschritzer? Jetzt. Echt? Ja. Geil. Ich bin der Arschritzer in Minecraft. Oh, ihr perversen Schweine, ey. Warum hab ich denn... Entschuldigung. 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 Hier ist Schiss, der Kackgötter. Ey, jetzt singt das, was ein Pferd ist. Echt? Da kommst du ja frühzeitig drauf. Eins. Ey, jetzt sieht es wirklich aus wie ein Pferd. Wie ein Pferdchen. Ey, das sind meine... Läufst du mal nicht übers Grab? Achso, ich dachte, das wäre ein Blumen. Wie kannst du denn bitte schön Diamantstiefel mit Blumen verwechseln? Ey, nein, jetzt hat er die... Ich könnte vermutlich nicht nur fliegen. Okay, ich weiß. Ich will jetzt auch... Ach, Scheiss. Ach, Scheiss. Jetzt bist du... Achso, okay. Hallo. Ne, ey. Ne, ich mach das jetzt das letzte Mal. Ey, guck mal, wie ich jetzt hochfliege. So. Sieht ihr mich noch? Ja. Ja. Ja, so ein Stück nicht mehr. Wie hoch bist du geflogen? Voll fett Genickbruch. Warte, jetzt komm ich runter. Ich komme. Äh. Achtung, Achtung, Achtung. Ich seh dich nicht. Achtung, Achtung. Aus, aus, aus der Sonne kommt er geschwungen. Ich will auch mal. Ich will auch. Warte, 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 warte. Ich mach das mal. Ich möchte das mal bei dir machen. Schöne mal, schöne mal, schöne mal. Könnt ihr... Anton, hast du deine Sachen mal in den Truk gepasst? Ich hab noch Sachen, aber ich... Warte, mach, mach. So. Höra, höra! So, okay. Warte. Höra, ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch. Höra, Mami, höra! Höra, nach, höra, nach, höra. Ich krieg kaum Sauerstoff. Warte, 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 ich schweiß mal jetzt... Ich schweiß mal jetzt, äh, was schmeiß ich runter? Ne Fackel schmeiß ich runter. Schön, die sehen wir ganz bestimmt. Ja, vielleicht kommen sie ja irgendwann an. Bleib mal da! Ja. Ich krieg gleich keinen Sauerstoff früher. Jetzt müsstest du Mond und Sonne sehen. Ja. Ja. Sonne, Mond und Sterne. Ich verbrenne hier langsam neben der Sonne. Ja, jetzt geht's wieder mal weg. Guck mal, drück mal F3, mit welcher Höhe bist denn du? Äh, Y, ne? Mhm. 3000. 4000. Und wie sind wir? Wir sind auf Höhe... 64. Ja komm, auf 4000 können wir noch hoch. Ja komm, auf 4000 können wir noch hoch. Okay, reicht, reicht! Nick ist wieder in seinem Element. Reicht, so ist du... Voll entspannt. Voll entspannt. Okay, ich lass dich jetzt. Nicht. Ja, ne, wir sind... Warte, mach weiter. Er kann nicht genug kriegen. Und, und, und stopp, stopp. Wir haben 4000 erreicht. Mal sehen wie lange du fällst. Okay, machen wir einen Timer oder so. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, sieben, siechzig, siebzehn, achtzehn, neunzehn, dieunzehn, zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig, vierundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig, viertzehnfざcht. 26, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Bist du noch da? Ich glaub, er ist verbrannt. Pass auf, ne, ich mach jetzt ne fette Arschbaum. Pass auf! Ne fette Arschbaum aus 4000 Blöcken Höhe. Pass auf, pass auf, guck mich's genau an. Eine Minute. Ja, ich weiß ja nicht genau, woher du kommst. Also ich weiß schon, dass du eine Minute... Ich seh, ich seh's, ich seh's. Ich will jetzt auch mal da hoch wieder. Ey, du bist über ne Minute geflogen. Ich will jetzt auch mal so hoch fliegen, Peter. Wer denn, wer denn? Nichts. Industrieprodukt? Nur am Scheisse machen, ey. Ja, ne, der ist grad ne Minute runter geflogen. Haben wir noch irgendwas Sinnvolles vor, oder so? Ja, ich kann nicht reprisieren. Ja, man. Geh mal weg von innen. Let's fry. So, reicht. Ich glaub, ich hab mir... Ich hab mir irgendwie ne Krankheit... Guck mal, hier. Hi. Ich hab mir irgendwie ne Krankheit... Ah, zu... Ah, zu... Ah, zu meinem Blut. Was ist denn... Dein Tage? Ja. Meine Apple-Wochen. Wir haben ja auch ganz gut Redstone. Mensch. War ja nicht ganz umsonst die Aufnahme. Immerhin. Ui. Okay. Au. Ja, ich würd' aber sagen, wenn euch nichts Spannendes mehr einfällt, würde ich hier erstmal einen Schnitt machen. Ja, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich kann ja... Warte mal, ich kann ja machen... Ich flieg da hoch und dann seht ihr ein Zeitraffer noch, wie Nick das Haus baut. Das können wir machen. Ah, ja. Okay. Okay. Ja, dann verabschieden wir uns aber schon mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm... Heute als Gäste waren dabei der Anton und der Fabi und nächstes Mal dann wahrscheinlich wieder mit dem... Reinhold! 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 Ja, und selbst wenn ihr die beiden wiedersehen wollt, was ja auch durchaus sein könnte, das wird dann nur noch schwerer, ne? Weil umso mehr Leute das sind, umso schwerer wird es so einen Aufnahmetermin zu finden. Deswegen müssen wir mal schauen. Aber vielleicht sehen wir die beiden dann mal irgendwann wieder. Aber andere Gäste wollen wir vielleicht auch noch mal reinholen. Aber war ganz lustig. Dann vielen Dank, dass ihr dabei wart. Dass ihr eure kostbare Zeit an uns geopfert habt. Ja. Und so viel Scheiße fabriziert habt. Ja. Ihr habt unser Leben echt bereichert. Ja. Also... Ja, ja, ja. 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 Oh, yeah, yeah. Jo. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und jetzt viel Spaß noch bei der Zeitraffer und Nick ist überaus geil im Haus. Okay. Dann tschüss. Ciao. Ciao. Ich bin... Ich bin... Alter, hör auf. Ich sterbe gleich. Wehe. Ich will meine EP nicht verlieren. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh. It's...